Hallo! Herzlich willkommen auf dem Martinshof! Schön, dass du uns besuchst. Wir wollen ein paar lustige Spiele mit dir spielen. Such dir einfach ein Spiel aus. Klicke dazu auf eins der zehn Bilder. Wenn du mit der Maus über ein Bild gehst, siehst du auf dem Schild unten links den Namen des Spiels. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du unten rechts das Buch anklicken. Hier findest du die Spielanleitungen. Also los! Und viel Spaß! Hilfst du mir? Ich suche vierblättrigen Klee. Der soll Glück bringen. Und Tina startet morgen in einem großen Turnier. Klick einfach auf das Buch. Dort steht, wie es geht. Hm. Leider nur drei Blätter. Solange ich sammle, musst du leider hier warten. Oh, wie schön! Das bringt Glück! Oh, noch eins! Oh, noch eins! Noch eins! Solange ich sammle, musst du leider hier warten. Das ist ein schönes Kleeblatt. Oh, wie schön! Hurra! Ich hab eins! Das ist schade, das war keins. Oh, wie schön! Das schenke ich Tina! Das schenke ich Tina! Hier gibt es aber viele Pferde. Was meinst du, Tina? Welches Pferd ist das schnellste? Lass uns ein Wettrennen veranstalten. Dann finden wir es raus. Super Idee! Dann wetten wir, welches Pferd gewinnen wird. Wie es geht, steht in der Spielanleitung. Wenn du Lust hast, kannst du auch zusammen mit einer Freundin spielen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Spiele 1 hat gewonnen! Du kannst jetzt mit uns puzzeln. Hast du Lust? Wähle zuerst den Schwierigkeitsgrad. Die Spielanleitung steht im Buch. Du hast dich für die leichtere Variante entschieden. Viel Spaß dabei! Da muss ein anderes Stück passen. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Toll! Das passt. Ja, das sitzt richtig. Das ist verkehrt. Nein, so geht das nicht. Toll! Das passt. Leider falsch. Das ist noch nicht richtig. Ja, das sitzt richtig. Stimmt genau. Hallo! Hier sind wir im Reitstall. Hinter dieser alten Mauer haben wir eine geheime Kammer gefunden. Was sich wohl darin verbirgt? Kannst du vielleicht den Gegenstand dahinter erkennen? Komm, wir räumen ein paar Mauerstücke beiseite. Wie es genau geht, steht im Buch. Viel Spaß dabei! Hm, ziemlich schwierig. Ganz schön knifflig. Das sieht aber seltsam aus. Was könnte das sein? Hm, ziemlich schwierig. Was könnte das sein? Kannst du schon was erkennen? Kannst du schon was erkennen? Das sieht aber seltsam aus. Das sieht aber seltsam aus. Was könnte das sein? Das sieht aber seltsam aus. ganz schön knifflig. Das sieht aber seltsam aus. Das ist gar nicht leicht. Kannst du schon was erkennen? Kannst du schon was erkennen? Das sieht aber seltsam aus. Das sieht aber seltsam aus. Hmm, ziemlich schwierig. Das sieht aber seltsam aus. Ein schöner Tag. Ist der nicht ideal für einen Ausritt? Wir haben doch die tolle Hindernisstrecke. Hast du Lust, mit mir für das Springturnier zu üben? Lass uns gleich losreiten. Die Erklärung gibt's im Buch. Los! Das müssen wir noch einmal üben. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Hör! Los geht's! Los! Das war knapp. Püüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Yippie! Hey! Los, Sabrina! Das machst du toll! Hör, Sabrina! Hü! Los geht's! Yippie! Das müssen wir noch einmal hüben! Los geht's! Das machst du toll! Yippie! Hey! Yippie! Los, Sabrina! Braves Pferd! Los, Sabrina! Braves Pferd! Los, Sabrina! Höher! Schneller, Sabrina! Hast du Lust auf ein Quiz? Je besser du dich auf dem Martinshof auskennst, desto mehr Punkte bekommst du! Los geht's! Die Spielanleitung findest du im Buch. Los geht's! Los geht's! Los geht's! und Wolves Pferd! Abu plants are called Your любимs! The ground is Das waren nicht die richtige Antwort. Die nächste Frage! Richtig. Die nächste Frage. Stimmt. Die nächste Frage. Richtig. Die nächste Frage. Toll, das war richtig. Die nächste Frage. Toll, das war richtig. Die nächste Frage. Super. Die nächste Frage. Das war verkehrt. Die nächste Frage. Super. Komm, wir machen eine Schnitzeljagd. Bibi ist schon vorausgeritten und hat eine Spur mit bunten Hufeisen gelegt. Wir müssen jetzt zusammen die Hufeisen einsammeln und Bibi so schnell wie möglich finden. Die Spielanleitung findest du im Buch. Los geht's. Spring. 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 Auf Weier. Gar nicht so einfach. Spring. 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 Langsamer. Langsamer. Spring. 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 Langsamer. Spring. Spreng! 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 Oh je! Da war ich wohl zu schnell! Spreng! 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 Oh je! Dort ist ein Loch im Koppelzaun! Tatsächlich! Wir müssen nachschauen, ob noch alle Pferde auf der Weide sind! Ja! Aber wie merken wir, dass eins fehlt? Am besten, wir schauen uns die Bilder aller Pferde an und überprüfen eins nach dem anderen! Okay! Kannst du es vielleicht sehen? Wo mag das Pferd bloß stecken? Ob es ausgerissen ist? Kannst du es vielleicht sehen? Super! Wo mag das Pferd bloß stecken? Wo mag das Pferd bloß stecken? Ob es ausgerissen ist? Da ist es! Ob es ausgerissen ist? Kannst du es vielleicht sehen? Genau. Ob es ausgerissen ist? Wo ist es nur? Wo ist es nur? Wo ist es nur? Das ist ganz schön schwierig. Wo ist es nur? Du hast es! Das ist das Richtige! Kannst du es vielleicht sehen? Das ist das Richtige! Genau! Das ist es! Super! Super! Prima! Wo ist es nur? Genau, das ist es. Die sehen sich alle so ähnlich. Die sehen sich alle so ähnlich. Viele Pferde bleiben fast das ganze Jahr auf der Weide. Aber heute müssen wir die Jungpferde einfangen, damit der Tierarzt sie impfen kann. Das mögen sie gar nicht. Wir können deine Hilfe brauchen. Was du tun musst, steht in der Spielanleitung. Du hast es. Ab nach Hause. Schön brav. Ja, so ist es gut. Ja, das war gut. Du hast es. Ab nach Hause. Schön brav. Ja, so ist es gut. Ja. Das Gewitter heute Nacht hat den Mühlenbach über die Ufer treten lassen. Ich muss die Möhren und Leckerlis zu Amadeus auf die Weide bringen. Aber alles ist überschwemmt. Kannst du mir helfen? Was du tun musst, steht in der Spielanleitung. Ich muss die Mühlen und Leckerlis zuorno Perez zurück einmal machen. us Geschafft!